herzlich willkommen bei zocker andy let's play wir spielen heute ein neues tower defense game bloons 5 willkommen bei einer neuen challenge leute eine meiner lieblingsstrecken und ich krieg meinen lieblings dort das ist doch nett aber ist ein bisschen schwierig nur den einen oder was ok 20 levels von 40 bis 60 was a free market is added to help you with camonflux okay gegen die camonflux kriege irgendwas weil der kann ja das nicht was ist mit dem da ein spy er hat keine attack ok das kann ich hier hin dann macht er die camonflux platt ok so zack 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 ja aber das kann jetzt nicht alles sein oder na gut wir müssen dann hier volle wäsche weil sonst kriegen wir das nicht hin alles hier vorne konzentrieren die ganze power bevor ich den jetzt setze schauen wir wieder radius ist ok hier möchte ich noch einen hin ist er noch im radius von dem bissel die frage ob der das zählt hier pass auf leute dann machen wir das anders dann verkaufen wir den dann verkaufen wir den wir machen das anders wir machen das so der kommt hier hin und der kommt hier hin so beide sind in unserer range so haut es hin zack 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 das ist ein bisschen unüblich aber ich habe nur den tower hier was anderes kann ich nicht machen probieren wir es mal so wir sind in runde 40 von 60 ja da geht es aber richtig ab hier aber ich glaube da kommt nichts durch das scheint aber wie man den poster machen sollen das geht man oder den hier nur einen hier nur einen zack 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 und wir warten auf kohle runde 41 also da wird auf jeden fall ein boss kommen wie ich den boss nur mit diesen tauern schaffen soll das geht mir jetzt noch nicht ganz ein ich kann mir das nicht vorstellen dass das geht weil so viel damage machen die an den blauen auch nicht an dem boss so ich kann übrigens den hier upgraden dann warten wir auf den nächsten zweieinhalb runde 42 das mit den camon flaxen haut hin aber das ist dann auch alles wir müssen hier alles zu pflastern einfach das sollte dann hin und 44 den kann man nehmen so wie sieht es aus müssen oben auch noch was nehmen runde 44 runde 45 noch recht weit kommen die balloons nicht so weit haut es hin aber der boss wird das problem leute der boss wird das problem der rest ich glaube das haben wir unter kontrolle ich glaube bei 6 oder 48 kommt der boss ich glaube hier bei 46 nächste runde aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher die stahlblund sind auch kein problem runde 46 da sag ich es doch so jetzt schaut euch das an ich weiß nicht ob das gehen wird wie soll ich denn den boss machen sind die lustig hinten kann ich nur ein hin aber der macht den boss alles klar der ist für bosse da gut dann gehen wir den hier hin und dann nehmen wir dieses upgrade gut einer ist uns durch der poste hat uns fast alles ein leben gekostet aber egal so weit haut es hin und da vorne werden wir alles mit dem dazu pflastern so werden wir es machen leute runde 47 das probieren wir auch mal aus zack für bosse für bosse durchaus geeignet runde 48 man muss halt nur wissen wenn der boss kommt das kaufen wir jetzt aber noch ein zweimal das ist nämlich nicht mal so unnütz kann man hier vielleicht noch hier können wir einen hin der ist aber außerhalb oder noch ein bisserl kriegt er noch aber ich weiß nicht ob der die camonflux attackt ist immer rot ich würde hier gerne einen ah da ist gerade gegangen komm gerade ist gegangen hier hier ist doch gegangen man bin doch nicht doof hier 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 hat doch gerade ja hier so endlich habe ich einen platz gefunden der ist nun der range aber ich weiß nicht ob die die attacken so immer die rechte seite zack 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 und wir warten wieder auf kohle runde 49 sobald ein boss kommt werde ich dieses special hier aktivieren und dann sollte das den boss ein bisschen zerreißen keramik balloons aber es geht nur der boss ist das problem der muss oben vernichtet werden weil unten kriege ich keine chance mehr so wir können inzwischen auch das upgrade hier machen jetzt haben wir das schon zweimal und gleich ein drittes mal jetzt will ich aber probieren ja boss zack ja für den boss brauchen wir das auf jeden fall rentiert sich das werden wir noch ein paar mal kaufen dann habe ich es immer ready die frage ist nur welcher von denen macht es dann wenn ich das nehme ich nehme es jetzt noch mal weil mich interessiert wer das macht 50 einmal der einmal der so irgendwie halt dann wieder der vordere ja gut wir haben oh boss müssen wir nochmal nehmen runde 51 naja so oft habe ich es jetzt nicht ready aber wir geben hier auch noch zwei hin kohle haben wir ja wir müssen das am anfang machen weil sonst schaffen wir es nicht und zwar werden wir da die linke seite wieder nehmen so komm wir brauchen muss runde 52 sobald ein boss kommt wieder special aktivieren dann geht es wie heißt es überhaupt blade maelstrom ability so zack boss ist weg das geht zweite boss ist auch weg das haut auch hin runde 53 wir können den da jetzt upgraden auf max da oben konzentriert sich jetzt so richtig schauen wir mal ob es ohne upgrade geht geht auch wir brauchen dieses special nicht mal mehr haut hin nice ist auch gut so runde 55 aber wenn ein roter kommt dann haben wir wahrscheinlich wirklich den arsch offen 100.000 keramik dinge aber wir haben es fast geschafft so kann ich hier noch was ne da kann man nur einen reindrücken zack 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 wir brauchen power 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 kann man hier nur einen hier kann man fast nur einen glaube ich irgendwo hier da geht nur einer zack 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 und die andere seite zwei bosse aber die gehen schön wie butter down wir haben runde 57 bald haben wir es geschafft Leute wir werden es auch schaffen ein boss ist uns komplett durch darum haben wir so wenig leben aber naja man kann nicht alles haben runde 58 jetzt wird es richtig hart die bosse sind jetzt nicht mehr so das mega problem solange kein roter kommt aber ich befürchte fast da wird jetzt gleich ein roter kommen bei uns am glück können wir den eigentlich upgraden so runde 58 immer noch so runde 59 vorletzte runde da plockt es haufen keramik stahl camom flag blooms wirklich schwierig runde 60 letzte runde und da kommt er wirklich nur so da müssen wir jetzt jedes register ziehen das wird noch ein problem werden Leute aber wir haben ihn geknackt gut dass wir dieses alle drei specials haben wir gebraucht Leute aber es hat sich rentiert wir wir haben es geschafft nice wir machen wieder mal einen cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen kommentar ich würde mich wirklich darüber freuen bis zum nächsten mal euer zocker andy let's play tschüss